Willkommen zu meinem Video, in dem ich euch die Bedingungen des wirtschaftlichen Handelns erkläre. Zu wirtschaftlichem Handeln sind sowohl alle Menschen als auch andere Wirtschaftseinheiten, zum Beispiel Unternehmen, gezwungen. Bei beiden Wirtschaftseinheiten spielt das Verhältnis zwischen Input und Output eine wichtige Rolle. Menschen oder auch Konsumenten haben das Ziel, möglichst optimal ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Unternehmen haben das Ziel, ihre Leistungen zu optimieren. Zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse benötigen Menschen Güter. Soweit es sich dabei nicht um freie Güter handelt, sondern um wirtschaftliche Güter, sind Menschen dann gezwungen, Geld für diese Güter auszugeben. Unternehmen haben das Ziel, Leistungen abzugeben. Um diese Leistungen zu erbringen, müssen sie selber Leistungen einsetzen. Für die erbrachten Leistungen bekommen sie von ihren Kunden Geld. Und der Leistungseinsatz führt wiederum zu einem Geldabfluss. Schauen wir uns das Ganze nun einmal bei Konsumenten an. Konsumenten stehen vor dem Problem, dass sie zunächst einmal unendliche Bedürfnisse haben. Das habe ich euch in dem Video zu den Bedürfnissen der Menschen erklärt. Auf der anderen Seite verfügen Menschen nur über ein begrenztes Budget, also zum Beispiel Einkommen oder finanzielle Mittel. Hierdurch ergibt sich für den Konsumenten ein Dilemma, das er lösen muss. Bei der Lösung des Problems, dass unendlich viele Bedürfnisse mit einem begrenzten Budget in irgendeiner Weise optimal befriedigt werden müssen, können Menschen rational vorgehen. Rational bedeutet verstandesgemäß. Da der Mensch zur Befriedigung seiner Bedürfnisse Güter braucht, die in der Regel einen Wert haben, muss er also jedes Mal vergleichen, welchen Nutzen bringt ihm der Konsum der Güter. Ein ökonomisch-rationelles Vorgehen führt dann also dazu, dass eine möglichst optimale Befriedigung des persönlichen Nutzens erreicht wird. Dies führt dazu, dass man Verbraucher dann auch Nutzenmaximierer nennt. Um das Ziel der Nutzenmaximierung zu erreichen, können Verbraucher oder Konsumenten zwei verschiedene Wege beschreiten. Bei der ersten Alternative ist das Ziel vorgegeben. Der Mitteleinsatz soll dann minimal ausfallen. Bei der zweiten Alternative ist der Mitteleinsatz vorgegeben und das Ergebnis soll dann möglichst groß sein. Was bedeutet das nun für unseren Verbraucher hier? Bei der ersten Alternative ist der Grad der Bedürfnisbefriedigung vorgegeben. Das heißt, der Verbraucher weiß, was er haben möchte. Minimal soll dann der Mitteleinsatz, also der Einsatz des Geldes ausfallen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass der Konsument zum Beispiel weiß, dass er sich einen bestimmten Computer kaufen will. Wie geht er dann vor? Er versucht dieses Ziel, also den Computer, so zu erreichen, dass er möglichst wenig Geld ausgibt. Dieses Prinzip nennt man dann auch Minimalprinzip. Bei der zweiten Vorgehensweise ist der Mitteleinsatz vorgegeben, also der Startpunkt. Was soll jetzt optimal ausfallen? Maximal soll jetzt der Grad der Bedürfnisbefriedigung ausfallen. Wenden wir das auf unser Beispiel mit dem Computer an. Unser Konsument verfügt über eine bestimmte Menge an Geld, die er sich zum Beispiel gespart hat. Und was möchte er nun? Er möchte mit diesem festgesetzten Geld, also dem gegebenen Startpunkt, möglichst einen optimalen Computer für seine Bedürfnisbefriedigung kaufen. Dieses Prinzip nennt man dann Maximalprinzip. Wie ihr sehen könnt, führen beide Alternativen im Grunde genommen immer zum gleichen Ergebnis. Beim Minimalprinzip ist ja der Grad der Bedürfnisbefriedigung vorgegeben und der Mitteleinsatz, also die Geldausgabe, fällt minimal aus. Das bedeutet aber, dass er noch genügend Geld über hat, um andere Bedürfnisse zu befriedigen. Was erreicht er? Eine optimale Bedürfnisbefriedigung. Bei der zweiten Alternative, also beim Maximalprinzip, ist ja der Mitteleinsatz, also das Geld, was unser Konsument ausgeben möchte, vorgegeben. Was möchte er jetzt erreichen? Er möchte einen möglichst optimalen Computer kaufen. Geht er so bei allen Käufen vor, erreicht er, dass er mit seinem gegebenen Budget, also mit seinem gegebenen Geld, eine möglichst optimale Bedürfnisbefriedigung erreicht. Natürlich verhalten sich Menschen bei ihrer Bedürfnisbefriedigung nicht immer rational. Sie konsumieren dann Güter und beachten das ökonomische Prinzip nicht mehr. In einem gesonderten Video aus der Reihe zum Marketing habe ich euch bereits ein paar typische Käuferverhaltensweisen dargestellt. Ein typisches Kaufmotiv, was bei Konsumenten häufig angetroffen wird, ist das der Bequemlichkeit. Man nennt das auch Convenience. Hier kaufen die Konsumenten überteuerte Produkte. Jetzt muss man natürlich beachten, dass auch die Bequemlichkeit ein Bedürfnis ist. Man möchte sich das Leben vereinfachen. Deswegen kann man bei Convenience-Produkten, zum Beispiel bei einer Tiefkühlpizza, auch davon sprechen, dass hier im Grunde genommen ökonomisch vorgegangen wird, wenn man zwar ein teureres Produkt, aber dafür ein einfacher zu konsumierendes Produkt kauft. Ein zweites Kaufmotiv ist die Gewohnheit. Man nennt das auch Habitualisierung. In diesem Fall kaufen die Konsumenten Produkte, weil sie sie schon kennen. Auch bei diesem Kaufmotiv kann man ein bestimmtes Bedürfnis mit abdecken, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Die einzelnen Kategorien der Bedürfnisstufen habe ich euch bereits in einem anderen Marketingvideo erklärt. Relativ weit weg vom ökonomischen Handeln sind sogenannte Spontan- oder Impulskäufe. In diesem Fall beachten Konsumenten das wirtschaftliche Prinzip im Grunde genommen gar nicht mehr, denn sie kaufen im Grunde einfach das, worauf sie gerade Lust haben. Da es ja bei dem Konsum von Gütern nicht nur um die Befriedigung von Grundnutzen geht, erkennt man vielleicht auch den Einfluss des sozialen Umfelds. Auch in diesem Fall kann das Kaufverhalten sehr unrational sein, wenn zum Beispiel einfach das gekauft wird, was von anderen an einen herangetragen wird. Und auch bei diesem fünften Kaufmotiv kann man vielleicht erkennen, dass im Grunde genommen häufig ein wirtschaftliches, also ökonomisches Vorgehen vom Konsumenten nicht mehr vorgenommen wird. Die Beispiele zeigen euch, dass man bei der Untersuchung dieser Kaufmotive ein bisschen darauf achten möchte, welche Bedürfnisse im Bedürfnisbündel eigentlich abgedeckt werden sollen. Man kann hier nicht grundsätzlich sagen, dass hier ein unökonomisches Vorgehen vorliegt, da ja auch Bedürfnisse in den höheren Kategoriebereichen abgedeckt werden. Aber immer dann, wenn Geld im Grunde genommen unrational ausgegeben wird für Güter, spricht man eben von einem nicht ökonomischen Vorgehen. Auch Unternehmen beachten bei ihren Aktivitäten das ökonomische Prinzip. Grundsätzlich ist bei den Unternehmen ja zwischen privaten Unternehmen und staatlichen bzw. öffentlichen Unternehmen zu unterscheiden. Vereinfachend gesagt besteht der Unterschied darin, dass bei privaten Unternehmen Privatpersonen Eigentümer des Unternehmens sind, bei öffentlichen Unternehmen der Staat selbst. Beispiele für öffentliche Unternehmen sind Krankenhäuser, Entsorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen oder Schulen. Privatwirtschaftliche Unternehmen verfolgen als Oberziel die Gewinnmaximierung. Der Gewinn entsteht ja aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen. Wer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, sollte sich die entsprechenden Videos bei mir nochmal ansehen. Damit ein privatwirtschaftliches Unternehmen einen möglichst hohen Gewinn erzielt, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Kostenminimierung und einmal die Ertragsmaximierung. Und jetzt habt ihr das wieder, zwischen beiden Größen gibt es natürlich ein Dilemma, denn man kann nicht bei minimalen Kosten einen maximalen Ertrag erwirtschaften. Und ihr habt ihr das wieder genauso wie eben, eine Kombination aus Minimal- und Maximalprinzip ist im Grunde genommen nicht möglich. Bei privatwirtschaftlichen Unternehmen lautet das Ziel also, entweder bei gegebenen Kosten, also vorhandenen Mitarbeitern, gegebenem Rohstoffeinsatz einen maximalen Ertrag zu erwirtschaften oder alternativ dazu, einen bestimmten Ertrag zu erzielen bei minimalen Kosten. Sowohl bei diesem Minimal- als auch beim Maximalprinzip ergibt sich dann ein möglichst hoher Gewinn und das ist ja das Ziel. Privatwirtschaftliche Unternehmen werden daher auch als Gewinnmaximierer bezeichnet. Sie verfolgen das sogenannte erwerbswirtschaftliche Prinzip. Etwas anders sieht das bei öffentlichen Unternehmen aus. Bei öffentlichen Unternehmen ist es ja so, dass diese dann tätig werden, wenn privatwirtschaftliche Unternehmen nicht die optimalen Marktziele erreichen. Wer das noch nicht verstanden hat, sollte sich die volkswirtschaftlichen Videos bei mir im Kanal ansehen. Öffentliche oder auch gemeinwirtschaftliche Unternehmen haben daher das Ziel einer optimalen Versorgung der Bevölkerung. Und jetzt könnt ihr wieder erkennen, optimale Versorgung ist ja auch eine Größe, die variabel ist. Bei gegebener Versorgung, also wenn man eine bestimmte Versorgung anstrebt, dann wird man dann versuchen, die Kosten dafür zu minimieren oder bei gegebenen Kosten die Optimierung hier optimal ausfallen zu lassen. Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen haben öffentliche Unternehmen nicht das Ziel, Gewinne zu maximieren. Das ist im Grunde genommen gar nicht erlaubt, sondern öffentliche Unternehmen haben das Ziel der Kostendeckung. Öffentliche Unternehmen werden daher auch Kostendecker genannt. Sie verfolgen das sogenannte gemeinwirtschaftliche Prinzip. Um nun beurteilen zu können, inwieweit man wirtschaftliche Ziele erreicht hat, bieten sich verschiedene Kennzahlen an. Hierzu ist es wichtig, dass ihr euch nochmal an den Beginn des Videos erinnert. Denn sowohl bei Privatpersonen, also Konsumenten, als auch bei Unternehmen handelt es sich ja immer um ein Input-Output-Modell. Konsumenten versuchen ja ihre Bedürfnisse optimal zu befriedigen, indem sie Güter konsumieren. Der Input ist also das Gut, das man konsumiert und der Output ist die Leistungsabgabe, die man dafür abgibt, also zum Beispiel das Geld. Privatwirtschaftliche Unternehmen haben hier das Ziel der Gewinnmaximierung. Um dieses Ziel zu erreichen, geben sie Leistungen ab. Diese Leistungen sind zum Beispiel Verkauf von Erzeugnissen, Verkauf von Waren oder die Abgabe von Dienstleistungen, zum Beispiel in einem Handwerksbetrieb. Um diese Leistung zu erbrechen, also diesen Output, müssen sie im Gegenzug Leistungen einsetzen. Das ist dann der Input. Um das Verhältnis zwischen Input und Output vergleichen zu können, bildet man einen Quotienten, also einen Bruch. Das Ergebnis, also der Output, steht immer über dem Bruchstrich. Der Einsatz, also der Input, immer unter dem Bruchstrich. Dieses Verhältnis nennt man dann Produktivität. Möchte ich also beispielsweise die Produktivität von Mitarbeitern messen, dann erfasse ich zunächst einmal den Input, also zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter setze ich ein. Dann erfasse ich das Ergebnis, also zum Beispiel 10 Stück pro Tag. Die Arbeitsproduktivität ergibt dann also 10 Stück als Output, geteilt durch 5 Mitarbeiter. In diesem Fall beträgt die Produktivität also 2 Stück pro Mitarbeiter an einem Tag. An diesem Beispiel könnt ihr wieder erkennen, was das Minimal-Maximal-Prinzip bedeutet. So kann ich versuchen, mit weniger Mitarbeitern die gleiche Stückzahl zu erzielen. Die Arbeitsproduktivität steigt dann von 2 auf 2,5. In diesem Fall liegt das Minimal-Prinzip vor. Ich kann aber auch versuchen, mit den gegebenen Mitarbeitern den Output zu vergrößern. Gelingt es mir also, mit 5 Mitarbeitern 12 Stück am Tag zu produzieren, steigt die Arbeitsproduktivität auf 2,4. In diesem Fall liegt das Maximal-Prinzip vor. Bei der Kennzahl Produktivität ist zu beachten, dass hier häufig beim Input und beim Output mengenmäßige Größen, also nicht Wertgrößen in Euro verwendet werden. Man könnte die Arbeitsproduktivität also auch in der Form messen, indem man hier nicht die Arbeitnehmer einsetzt, sondern zum Beispiel die eingesetzten Arbeitsstunden und diese dann ins Verhältnis setzt zu den innerhalb dieser Zeit erzielten Erzeugnissen. Eine andere, ganz ähnliche Kennzahl ist die der Wirtschaftlichkeit. Auch hierbei misst man wieder das Verhältnis zwischen Output und Input. Im Gegensatz zur Produktivität setze ich bei der Wirtschaftlichkeit jedoch nicht mengenmäßige, sondern wertmäßige Größen ins Verhältnis, also zum Beispiel den Ertrag und den Aufwand bzw. die Kosten. Verkaufe ich also zum Beispiel die Erzeugnisse für 1 Euro pro Stück, dann wäre der Ertrag 10 Stück mal 1 Euro und ich setze dazu nun die dadurch verursachten Kosten ins Verhältnis. Also nehmen wir mal an, hier würden Arbeitskosten in Höhe von 5 Euro entstehen. In unserem Beispiel betrüge die Wirtschaftlichkeit der Mitarbeiter dann 2. Ihr erkennt vielleicht, dass es bei der Wirtschaftlichkeit vor allem darauf ankommt, ob der Wert über 1 ist oder unter 1. Liegt der Wert über 1, liegt ein wirtschaftliches Verhältnis. Liegt der Wert unter 1, liegt ein unwirtschaftliches Verhältnis vor. Natürlich selbstverständlich kann man bei der Wirtschaftlichkeit auch wieder das Minimal- und Maximal-Prinzip anwenden. Versucht das einmal selbst. Und auch bei der dritten Kennzahl, nämlich der Rentabilität, geht es wieder um ein Verhältnis zwischen Input und Output. Von dieser Kennzahl gibt es unterschiedliche Formen. Ich zeige euch hier mal die einfachste. Man stellt den erzielten Gewinn innerhalb eines Zeitraums dem eingesetzten Kapital gegenüber. Man rechnet also, welchen Erfolg hatte ich im Vergleich zum eingesetzten Kapital. Das ist alles ein bisschen schwierig für Anfänger zu verstehen. Es geht also darum, im Grunde genommen eine Verzinsung des Kapitals auszurechnen. Das heißt, ich setze ein bestimmtes Kapital in meinem Unternehmen ein, also zum Beispiel 100.000 Euro. Und was kommt dann dafür nach einem bestimmten Zeitraum für einen Gewinn heraus? Jetzt wisst ihr vielleicht noch, dass man ja unter dem Gewinn das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen bzw. Kosten versteht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass auch hier wieder ein wirtschaftliches Handeln gemessen wird mit dieser Kennzahl. Denn es kommt ja darauf an, wie wirtschaftlich setze ich mein Kapital im Unternehmen ein. Und je höher dann der Gewinn ausfällt, desto besser ist das für mich als Unternehmer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick über das wirtschaftliche Verhalten bei Privatpersonen, also Konsumenten und Unternehmen geben. Ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt euch nochmal, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat, ob ich irgendwas kürzen soll. Dann mache ich das gerne. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Teil der Videoreihe sehen. Bis dann. Tschüss.